Wir planen nicht nur Küchen, sondern entwickeln Raumkonzepte, abgestimmt für die Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Unter Berücksichtigung der Architektur des Raumes entsteht so ein einzigartiges Küchenkonzept. Bei der Planung beziehen wir ihre Lebensbedürfnisse mit ein. Wie wird gelebt und gekocht? Mit der Familie, zu zweit oder mit Freunden? Wo und wie findet Kommunikation statt? Die Auswahl der Materialität wird nicht nur für die Küche erarbeitet, sondern auch für Wand und Fußboden. Es entsteht eine Küchenarchitektur, die mit dem passenden Lichtkonzept in das Haus wächst. Es entsteht Ihr Lebensraum. Die Montage durch unsere Schreiner erfolgt besonders gewissenhaft. Unser Montageteam achtet außerdem besonders auf Sauberkeit und Genauigkeit. Für die Einweisung in die Küche und Geräte nehmen wir uns viel Zeit. Andreas Feigl, Lebensraumküche